Leute ich begrüß euch zu meiner Leute, hier haben wir den Basti, Jajjajajajair Ach Basti Jetzt wird ganz gechillt gespielt Basti! Ganz gechillt! Gaaans ruulig Immer ganz locker durch die Hose atmen da und hier mal ein bisschen Smoken und dann ist alles gut alles ist gut so ist das halt heutzutage okay alles klar das die die man über die Ecke vielleicht heißt die wird auf jeden Fall sehr oft aufgeben Köln aus der SPSS ich habe ihn aber auch aus Karten und Janak you das war gerade sehr weird aus es war ein Himmel ins Gesicht Fürst glaube ich es auch warum eieieieiei aber Knöpkes mein Freund k tour garden through ist king of k Kürtel für uns blande und ich fand es Und ich habe kein Flash gebraucht. So, höre ich denn kein Sound von der Ollen? Äh, TP? Stumm geschaltet ist die Olle nicht. Moin. Oh, diese Lohleife. Ja, bitte, ich habe noch mal Lohle. Hallo. Ist doch einer. Hallo. So sieht meiner genau aus, wo sieht meiner auch aus. Und da will ich mir was auch machen, doch. Lohle. Du hättest sie gerade direkt sehen sollen. Sie macht den Dagger, der ist direkt bei mir. Und ich drücke wirklich direkt mehr. Und genau in dem Moment springt sie auch. Ich werde sterben. Ne, werde ich nicht. Doch werde ich. Oh, er ist Low, er ist Low. Er ist Maximum Low. Hier ist ein Diego Lowlife. Oh. Oh. Schaffst du noch mit Speedfahren? Ja. Jetzt chill doch mal. Hast du keine Fähigkeiten gehabt? Ja, meinst du, ich gehe jetzt Tower Difen oder was? Also, Basti, jetzt chill mal. Boden mit Speedfahren? Ne, habe ich nicht. Das ist der King of Battle. Och Gott, Botlane. Du bist echt. Guck mal mit Speedfahren. Ich fuhre das with Speedfahren. Ich fuhre das mit Speedfahren. Was macht die Morgana da? Morgana ADC? Fisch gut. Oh, good. Beim Drake sind die Leute. Was da kommt? Oh, du heilige. Oh, du heilige. Oh, du fröhliche. Bruder, die Morgana ADC ist ja mal richtig behindert. Tja, da hätte man irgendwie ein bisschen mehr Leute gebraucht. Ich war low. Ich hatte 20 HP. Oh, du heilige. Oh, du heilige. Da, 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 da. ... Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, Stan. Stan. Norja Stan, bitte. Untertitelung. BR 2018 For real? Untertitelung. BR 2018 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 Noch eine Draco Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 und dann geht da um im Moment ich hab noch nie so eine so schlechte Triferei sehen Jo wir machen einen Rap kann ich das gehen machen ich bin ich bin ich bin da ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist nein war es nicht Scheiße die Organe aber gerade nicht festgehalten ich bin da 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 Amen. Das Zahna geht rein, das Zahna ist tot. Ja. Wir haben halt kein Edithi. Ja. Ja, den Weg dürfen wir nicht verlieren. Der Flash. Sehr gut. Was? Na ja, die Ego hat ihn. Ja. Ja. die schwarzen organ durchschädig Ich kann eine Bottlen gegen eine Edicimorgana verlieren, geht nicht in meinen Kopf rein. Ich kann eine Edicimorgana verlieren, geht nicht in meinen Kopf rein. Ich kann eine Edicimorgana verlieren, geht nicht in meinen Kopf rein. Ich kann eine Edicimorgana verlieren, geht nicht in meinen Kopf rein. Ich kann eine Edicimorgana verlieren, geht nicht in meinen Kopf rein. Ich kann eine Edicimorgana verlieren. Ich kann eine Edicimorgana verlieren. Ich kann eine Edicimorgana verlieren. Ich kann eine Edicimorgana verlieren, das ist mir egal. Ich kann eine Edicimorgana verlieren. Ich kann eine Edicimorgana verlieren. 21, ach. Da muss ich umstrukturieren. Die haben alles raus, aber die Karte hat eh gleich wiederholt, keine Sorge. Ich glaube, ich würde auf mehr Fähigkeitstempo spielen wollen. Ich hab's einfach nicht gebaut. Ich hab einfach irgendwas anderes gebaut, wo ich Bock hatte. Und wenn ich ihre Fähigkeiten nicht spammen kann, ist so schlimm scheiße. Ist kein Urf. Leider, leider nur nicht. Nee, ich meine, dann Fiora baut man ja auf Fähigkeitstempo, weil sie ihre Fähigkeiten spammen muss. Easy Double. Easy Double und Easy Gold. Holy Shit, Alter. 1100 Gold. Sweet. Ja, dann mach mal, Baron. Ich glaube, die Drape ist falsch. Sie sehen, da sind ein paar Leute wieder da. Nicht alle, aber ein paar. Ja, aber die denken, die machen Baron, deswegen machen wir Sneaky Peaky Drake. Ich watch schon mal ein bisschen aus. Zwei Leute leben. Sollten wir waschen. Es geht während ihr alles. Also ist sie mit Trink. Sollten wir waschen. Sollten wir waschen. Und wir haben, waschen sie. Ja. Ich hab also wegen uns. Der eine ist wieder bei uns im Bot-Dschungel, der Viego. Ja, der Viego, ja, habe ich schon gesehen. Und Kata, ich brauche Hilfe. Ich fahre gerade Rays, ich komm. Top-Lane. Zwei. So stehen sie halt alles durch, weil, wiss ja, die anderen machen noch irgendwie Sachen, ganz komische Sachen und, keine Ahnung. Drei Top. Ich muss die Katharina ulten. Ah, die Kata ist Mitte, okay, klar. Viego bietet immer noch Bord. Ich muss aber eben weg, ich habe meinen Spirit fertig. Aber da sind noch mehr. Hinter mir ist auch noch einer. Ich sag ja, das ist kein ADC. Ich würde mich nicht wundern, wenn am Ende des Games Morgana mehr AD Schaden gemacht hat als Tristana. Das wäre aber traurig, oder? Nee, das ist aber leider die Wahrheit. Das tut weh, aber es ist so. Ich 생각 mal. Okay. Ich meine, wir können es noch gewinnen, aber ich meine, es sieht schlecht aus, wir können es aber gewinnen. Wir müssen halt auch pro Cutter und Ult aufpassen. Ich habe da mal was fliegen sehen. Ich habe da mal was fliegen sehen. Wee! Nice Basti. Schaffst du sie? Ja. Oder? Boah, Basti, Alter, holy shit, ey. 14, 12. Zurück in die Lobby mit dir. Aua! Hast du gesehen, wie ich die Q ausgewichen bin? Ja, ich nicht. Hinter mir ist einer, by the way. Und ich, ich habe sie, ich habe sie gestunt. Warte, 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 geh da rum, geh da rum, geh da rum. Ja, aber der geht da oben lang. Alles klar. Den benutzt du einen Shit? Easy. Jetzt dreht sich aber alles. Den Drag machen wir jetzt ganz einfach. So. Da. 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 Dann brauche ich nicht zu schmeiten. Ach so. Na, trotzdem den letzten, weißt du. ich gehe mal kurz Base Geh doch rein Brodie, was denn da los? Na eigentlich nicht schlecht Könnte man mal ausprobieren, das Alter, aber ich kann es mir noch nicht leisten So, Key hat das nur noch 4,1 Sekunden nach Fingzeit Ich muss in die Base Klob 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 im Staubebiet einfach mal mit einer so magischen und einfach auf Fühlfähigkeitstempo abgehen UfL ist gut ganz ja der mich gerade im Ort dürfen nicht sterben wir müssen die Karte rausnehmen alles andere ist scheißegal nee die dürfen nicht sterben so eine Minute weg wo ich glaub die gehen jetzt für Berndung oh guck mal was da pusht aber leider sind da Minutes gespawnt dass die Karte rauskommt dass die Karte rauskommt eine Minute bis nach Karte bis nach an bis nach bis nach bis nach ich darf nicht sterben ja das war's ein erfahrer wobei nein nice game wow wow wow